Ich bin einfach, ich bin einfach der Beste heute, Digga. Was an die Mahne. Moin, YouTube, was geht? In dem heutigen Video werde ich euch meine Settings zeigen. Die meisten von euch, glaube ich, schon seit, naja, seit den letzten fünf Videos teilweise getrackt haben, aber, ja, danke für den Support. G2LegendInItemShop, küsse euer Herzen, langs Instagram nicht vergessen und Twitch. Let's just einfach abchecken, wenn ihr mein Stream sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir sehen uns dann. Warum ist es eigentlich 2k Arena-Punkte so verschwitzt, Alter? Am Ende des Tages macht es nur für mich nicht so sehr Spaß. Guck mal, ich höre ein Pferd über mir. Ich weiß aber nicht, ob es über mir oder unter mir ist. Es ist ein Pferd, aber es ist ein Pferd. Oh mein Gott, da hätte ich mich echt aufgeregt, hätte ich das verkackt. Ich verstehe die Sound so einfach einfach nicht wieder nicht. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Ich habe den Mist, ich habe den Mist. Was ist denn da? So ein Du hast du. Max. Pack. Ich weiß nicht, was sich mit 9 kommt. 9-9. 3-Spaft und das ist die größte Scheiße. 3-Spaft. 2-Spaß. 2-Spaß. 3-Spaß. 1-1. Digga seit wann habe ich eigentlich so gute Mechanics, Chat. Ich hör auf alles Warzone, Grand paid off. Ami. Fuschen wir mal rein, Loot. Digga, also so schlechtes Kimmel ist, ich habe ihn noch nie gesehen. Weiß ja nicht. Flames Flohr, shit done, Pros, oh mein Gott. Conti creator, let's see, oh mein Gott, werde ich ne Manni tweeten, werde ich ne Manni tweeten, das ist hier die Frage, das ist hier die Frage. Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin tot 50 Achso, ich hab ihn Ich hab ihn noch Ich hab ihn noch Ich hab alles ja paranoisch gerade gehabt Eigentlich wollte ich schon vor 30 Minuten Warzone spielen, Schatz Aber gerade habe ich schon leichten Spaß an dem Spiel gerade Das ist wirklich so Ich bin einfach der Beste gerade Auch wenn ich die Runde nicht gewinne Also ihr könnt sagen, was ihr wollt Also die Gegner schalte ich schon ziemlich weg hier Also ich hate Also ich liebe auch Red So ist es nicht, Chad Nicht, dass ihr denkt, dass ich ihn Also Red ist mein Vater sozusagen Was YouTube angeht Und meine Karriere Er ist wirklich mein Vater Also nur in der Karriere basierend Deswegen Ich kann ihn nicht hassen Aber was auch immer er getan hat Und was auch immer irgendwas im Leben falsch gemacht hatte Hassen werde ich ihn niemals Weil er ist mein lieber YouTube-Vater Guck mal Das ist halt so ein Skill-Problem, Digga Skill-Issue nennen wir das Das ist ja bodenlos weg Normal, Digga Was sollt ihr auch machen, Digga Wenn Leche Prime aus mir rauskommt, Digga Digga, ich wünsche es werden Solo-Cops In Solo-Cops die Season wären sogar echt gut, Digga Da müsst ihr auch nicht so dumm tryharden mit Mates Ich könnte einfach machen, was ich will Und Leute täten Ich bin ja eh besser als 80% in T1 zu fighten Obwohl ich das Spiel nicht mal spiele Weil die alle so kacke sind Guck mal, was soll er machen, Digga Wicke einen von Xerox Leg dich hinten, U***** Leg dich hinten, U***** Okay, tut mir leid Ich bin einfach Ich bin einfach der Beste heute, Digga Was soll die machen, ey Geh mal die Pump hier, du Hund Soll ich die Pump weiterspielen oder die Tag-Chats Wir nehmen die Tag Ey Digga, ich habe das Spiel jetzt auf Dx11 gestellt, ne Das Spiel sieht so schön jetzt aus, irgendwie Ich glaube ich behalte das so Auch wenn es Simplesway bringt Irgendwie Guck mal, ich habe das einmal auf Dx11 gestellt Und ich schalte die so weg, Digga Die haben ja nicht mal Chancen Ist wieder was, ne Ich spiele es dann mit P5 nochmal Aber ich kriege diesen Monat Meinen eigenen gebauten P5-Controller von jemandem Ah 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 Ah, das wäre ein guter Clip, aber ich bin schlecht und hab gemisst. Digga, ich weiß nicht was, er hat Glück besucht, aber alles gut. Komm her, lan! Boah, was sollen die machen, was sollen die machen, Digga? Ich bin einfach zu gefährlich unterwegs gerade, ich bin einfach zu gefährlich unterwegs. Oh mein Gott, ich hab fast verloren, ey, ich wollte fast anfangen zu weinen gerade. Ja, der Arena-Win ist es, Chat, der Arena-Win ist es. So, das sind meine Settings für Chapter 4 jetzt, ich hab Chapter 3 Expo-Settings gespielt. Das Ding ist, es gibt wieder zwei Gründe, warum ich gewechselt bin, auf Linea und die Hauptgründe sind halt einfach tatsächlich, dass die Map etwas kleiner ist. Ja, der komplette Grund ist, weil ich halt einfach, ich bin, also ich bin euch da ganz ehrlich, ich bin einfach nur mies, katastrophal, schlecht auf, ähm, auf, ähm, ja, ich bin auch nur scheiß auf Expo. Ich kann damit nicht spielen, meine Mechanics sind schlecht, alles ist schlecht, ich kann, ich kann, ich kann auch nicht. Ja, also, hier zeige ich euch die Settings, neue, äh, ich komm mit denen sehr gut klar. Ähm, sehr, sehr, sehr sogar, äh, also meine Settings, ähm, ist halt einfach wichtig, dass ihr dieses ganzen Instant-Bild-Scheiß ausmacht und diesen ganzen Mill, weil ich finde, das macht euer Movement einfach nur ein bisschen kaputt und euer Momentum. Genauso, wenn ihr irgendwie clean editet oder sowas, finde ich, äh, dass es einfach, einfach falsch ist, wenn man das, äh, das ganze Zeug anhat. Enabled Foot Control auch aus, alles auf 1.1, äh, aber ist auch egal, wenn du es auslässt, musst du es nicht mal auf 1.1 stellen. G2 Lechi in den alten Shop, Jungs, ähm, Kuss, viel, viel Dank an den Support, viel Liebe da, äh, ich küsse eure Herzen. I'm the big Lechi. G2 Lechi for you, bitch!